Musik Das Projekt Melena von Mädchenbüro Melena e.V. richtet sich an die geflüchteten Frauen und wir bieten Deutschkurse an mit kostenloser Kinderbetreuung. Wir machen auch die psychosoziale Unterstützung und begleiten die Frauen zu den Ämtern und suchen auch nach Wohnungen für die Frauen, versorgen die Frauen mit Sachspenden und versuchen die Frauen dort zu unterstützen, wo sie hier verbrauchen. Ich wünsche mir für unseren Verein Mädchenbüro Melena, dass wir auch weiterhin ein Ort sein dürfen und können für Mädchen und Frauen, wo wir die Gleichberechtigung fördern können, wo wir die Gleichstellung fördern können und wo sich die Frauen und Mädchen wirklich entfalten können und ein Gesicht in der Öffentlichkeit kriegen. Musik 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 Musik